Hallo, heute wollen wir mal zeigen Zaubertüte. Diese Zaubertüte, das ist unsere Zaubertüte. Erste Teil, die ich in den Zaubertüte. Hier habe ich mir einen Bongbong. Hier sehen Sie den Bongbong. Ich tue das jetzt in die Zaubertüte. Und jetzt gleich wird die Zaubertüte nicht mehr da sein. Sieh Sie, es ist leer. Ich habe Ihnen die Zaubertüte gesagt. Ich tue das jetzt in die Zaubertüte. Ja. Guck mal, sieh Sie mal. Das ist nicht mehr. Und jetzt ist das Zaubertüte. Hallo, meine Damen und Herren, Sieh 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 Sieh. Und jetzt ist es da. Jetzt sollte ich den Zaubertüten. Jetzt habe ich den Zaubertüten. Hier ist das Zaubertüte. Heute dürfen wir bei einer Manta-Bumbohne stecken wir rein. Und? Also, das könnte ich nichtchen sein, Romilzstart. Ach mir, bitte du bist hast. Wечно ich ihn, meine wir – bekommen wir. wir brauchen ein Jahr im Jahr im Jahr und er hat wir haben Städtchen das war ein Jahr das war ein Jahr gut nachdem und umgekehrt und er hat auch noch er hat auch wenn ihr die Zauberstüche macht vor allem wenn er aber jetzt noch einen der Zauberstüche aber wenn ihr das aber er ist ja alle wenn du es auf YouTube stellst lieber wir wollten das nur vorstellen den Zaubertrick das ist das Wichtigste und tschüss schönes Wochenende oder schöne Ferien